Die Fishbone-Technik ist eine sehr effektive und gleichzeitig simple Technik. Das Haar ist zu einem Zopf abgebunden und er wird in zwei Teile geteilt. Jeweils am äußeren Rand wird nun eine Sektion abgeteilt, die zur Mitte hin eingeschlagen wird und das im Wechsel. Und so simpel wie es hier aussieht, so simpel ist es auch und das Ergebnis ist verblüffend. Wichtig hierbei ist die gleichbleibende Spannung und die Versorgung des Haares mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel Slickworks. Das verleiht dem Haar Glanz, Griffigkeit und gleichzeitig einen leichten Halt, sodass es in der gewünschten Form auch stabil bleibt. Zieht dabei das Haar nicht zu fest, achtet auf gleichbleibende, leichte Spannung. Eine Strähne vom äußeren Rand wird jeweils zur Mitte geführt und auf der anderen Seite in die Haarsträhne integriert. Die Stärke der Fishbones ist variabel. Bei kräftigem Haar, wie hier, empfiehlt es sich, auch kräftigere Strähnen von der Seite zu nehmen. Am Ende angekommen wird das Haar gemeinsam verflochten. Und schließlich mit einem Haargummi abgebunden. Freeze & Shine Super Spray sorgt hier für das nötige Finish und den Halt. Mit dem Extra Body Finishing Spray geben wir dem Haar nochmal die extra Portion Glanz dazu und Stabilität. Und jetzt kann der Fishbone-Zopf in die gewünschte Form gebracht und auch fixiert werden. Richtet beim Fixieren die Bobby Pins von außen nach innen und nehmt dabei jeweils eine kleine Strähne des Fishbone-Zopfes hinzu. ZUE في kräftigem Lauf Berg DM Bergen Van Aus schwer Untertitelung des ZDF für funk, 2017